If you have trouble understanding German, you'll find the show notes at AuthenticGermanLearning.com slash Episode 3, 5, Extremely Helpful. Heute sprechen wir über das deutsche Wort überrascht. Was bedeutet überrascht? Überrascht. Ü-B-E-R-R-A-S-C-H-T Adjektiv Wortrennung überrascht. Komparativ überraschter, Superlativ am überraschtesten. Bedeutung Durch etwas Unerwartetes in Erstaunen gesetzt. Sinn verwandte Wörter, erstaunt, verblüfft. Beispiel War Egon wirklich so überrascht, als ich in Berlin plötzlich vor ihm stand? Anscheinend hat der Sprecher eine Person namens Egon in Berlin besucht und ihn überrascht. Er stand plötzlich vor ihm und Egon war überrascht. Wenn etwas sehr Unerwartetes passiert, wenn etwas passiert, womit du nicht rechnest, wenn etwas passiert, das du nicht für möglich gehalten hättest, dann bist du überrascht. Überrascht. Hast du das erwartet? Hast du damit gerechnet? Wenn nicht, dann warst du überrascht. Du hast dich vielleicht sogar erschrocken. Na, ich hoffe, ich habe dich nicht erschrocken, besonders wenn du gerade mit dem Auto fährst. Überrascht zu sein und sich zu erschrecken, ist aber nicht dasselbe. Wenn du dich erschrickst, dann bist du überrascht. Aber du erschrickst nicht immer, wenn du überrascht bist. Es kann etwas Gutes oder etwas Schlechtes sein, wenn du überrascht wirst. Jemand kann dir zum Beispiel Blumen schenken. Dann bist du angenehm überrascht. Das hast du von dieser Person nicht erwartet. Also bist du positiv überrascht. Oder jemand macht etwas, was du nicht so toll findest. Du dachtest, diese Person würde so etwas nie tun. Ein Bekannter benimmt sich zum Beispiel sehr schlecht. Dein Bekannter ist zum Beispiel sehr unhöflich. Dann bist du unangenehm überrascht von dieser Person. Wenn dich etwas sehr überrascht, wenn du voll und ganz überrascht bist, dann bist du völlig überrascht. Wow, du schenkst mir ein Auto? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin völlig überrascht. Ja, das ist ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel, der Ehemann sagt zu seiner Frau, ich habe etwas ganz Tolles für dich vorbereitet. Du bekommst es, wenn wir zu Hause sind. Sie fragt, was ist es? Darauf antwortet er, lass dich überraschen. Wenn man ein Geschenk bekommt, ist man also meistens überrascht, weil man nicht wusste, was es ist und es plötzlich weiß, sobald man das Geschenk öffnet. Ich denke, Überraschungen machen das Leben interessant. Was meinst du? Das war's für heute. Ich bin Marco, dein Deutschlehrer und Mitschüler des Lebens. Mit Hartnäckigkeit wirst du die deutsche Sprache meistern. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Thanks for listening to this episode of the Authentic German Learning Podcast. Please subscribe to get more awesome episodes. Go to AuthenticGermanLearning.com slash free to learn how you can learn German while having the time of your life. Hey, vielen Dank dafür, dass du diesen Podcast hörst. Ich weiß es echt zu schätzen. Ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Und ich hoffe, ich kann dir dabei helfen, Deutsch effizient zu lernen. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du möchtest, dass noch mehr Leute auf diese Art und Weise Deutsch lernen können, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine Spende hinterlassen könntest. Vielen Dank, im Voraus, AuthenticGermanLearning.com schrägstrich spenden. AuthenticGermanLearning.com slash donate. Vielen, vielen Dank.